Es passiert oft, zu oft. Viele demente alte Menschen werden mit Psychopharmaka ruhiggestellt. Ein heikles Kapitel im deutschen Pflegealltag. Als Krisenintervention können diese Medikamente segensreich sein, aber wo beginnt der Missbrauch mit all seinen fatalen Auswirkungen? Gibt es Alternativen? Vielleicht auch einen Königsweg? Oder sind Demenzpatienten hilflos und ausgeliefert? Welche Rechte bleiben ihnen? Und welche Freiheiten? Ende 2010 merkte Walter Mette, dass er mit der Pflege seiner an Parkinson-Demenz erkrankten Frau überfordert war. Er konnte nachts nicht mehr schlafen. Inge Mette war damals noch ansprechbar. Nach einem kurzen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik war sie mit dem Umzug in ein Lüneburger Altenheim einverstanden. Das Heim gefiel dem Ehepaar. Doch dann erlebten Walter Mette und seine Tochter etwas, was sie niemals für möglich gehalten hätten. Der Zustand seiner bis dahin so mobilen Frau verschlechterte sich während der neun Monate im Heim dramatisch. Walter Mette holte sie wieder nach Hause. Jetzt wird sie von Pflegediensten betreut. Seit der Zeit im Heim sitzt Inge Mette dauerhaft im Rollstuhl. Sie ist kaum noch ansprechbar. Ganz anders als vor dem Heimaufenthalt. Meine Frau, die war leicht dement, aber sonst körperlich sehr mobil noch. Sie ist immer gerne gelaufen und wir sind viel spazieren gegangen. Und auch zum Einkaufen ist sie mitgefahren. Und wenn wir vom Einkaufen zurückgekommen sind oder mit dem Einkauf fertig waren, sind wir noch ins Lokal gegangen. Dann haben wir unser Mittagessen bestellt. Und sie konnte da selbstständig essen. Und sie war an und für sich noch so gut drauf, bis auf die leichte Demenz, dass sie manchmal orientierungslos war. Sie muss gegen ihre Osteopose zum Beispiel Brautertabletten nehmen. Da wollte sie an einen Geschirrspülmaschinentapp schlucken. Und das war doch ziemlich bedenklich. Und also viele kleine Dinge sind mir aufgefallen. Herr Mette, das würde natürlich in dem Altenheim dann von den Ärzten schon als Selbstgefährdung irgendwie eingeschätzt, nicht? Wenn sie eine Brautertabette nimmt. Ja, natürlich. Deshalb haben wir uns ja auch überlegt, was wir machen. Ich konnte nicht ständig um meine Frau sein. Und da habe ich die große Gefahr gesehen, dass wenn man sie unbeaufsichtigt lässt, dass sie Dinge macht, die sie gar nicht mehr selbst einschätzen kann, ob das nun gefährlich ist oder nicht. Walter Mette besucht seine Frau jeden Tag im Heim und geht mit ihr spazieren. Nach einigen Wochen beobachtet er besorgt, dass sie immer mehr abbaut. Sie stürzt mehrmals, weint oft. Was Walter Mette nicht weiß, seine Frau bekommt neben Beruhigungsmitteln auch das Neuroleptikum Haldol. In der Pflegedokumentation steht, dass Inge Mette nachts herumgeistert, sich auszieht und es oft nicht mehr zur Toilette schafft. Manchmal weiß sie nicht, was sie mit der Zahnbürste anfangen soll. Gesteigerte Verwirrtheit, Sturzgefährdung, all das wird unter der Einnahme von Neuroleptika beschrieben. Im Heim sieht man diesen Zusammenhang offenbar nicht. Anfang April verschreibt ihr der Neurologe, der sie im Heim behandelt, das Neuroleptikum Risperidon. Eines Tages findet Walter Mette seine Frau in einem erschreckenden Zustand vor. Das war Ende Mai, Anfang Juni, als ich sie so im Sessel sitzen sah. Da war ich schockiert, weil ich gedacht habe, sie hat einen Schlaganfall. Und da habe ich die Pflegerin gefragt, ich sage, was ist passiert, hat meine Frau einen Schlaganfall? Und sie sagte, nein, das ist der Fortschritt der Krankheit. Und da habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Krankheit selbst kann objektiv gesehen nicht so schnell fortschreiten, dass man von heute auf morgen in dieser Art und Weise auch vorgefunden wird. Also ich war schon geschockt, wie sie aussah, wie sie im Stuhl saß. Sie hat sich früher mal sehr daran gehalten, wie sie auf andere Menschen wirkt, dass sie gerade geht und auf einmal sie so zu sehen, das hat mich sehr verletzt und fand ich sehr traurig. Walter Mette lässt sich die Akten aushändigen und beginnt im Internet zu recherchieren. Was er da entdeckt, macht ihn fassungslos. Vor allem Haldol, aber auch Risperidon sind bei Parkinson-Demenz kontraindiziert. Beide Präparate können die Parkinson-Symptome verstärken und Schlaganfälle auslösen. Bei Demenzpatienten ist Risperidon nur bei aggressivem Verhalten indiziert. Aggressiv aber war Inge Mette laut Pflegedokumentation nicht. Trotzdem gab man ihr jeden Tag das Medikament. Bei der Medikation handelt es sich um einen sogenannten Off-Label-Use, eine Verordnung außerhalb der Zulassung. Deshalb müssen Ärzte ihre Patienten oder deren Betreuer umfassend über die Risiken aufklären. Besonders unberechenbar ist die Wechselwirkung von Neuroleptika kombiniert mit Beruhigungsmitteln und Antidepressiva. Der Stoffwechsel alter Menschen reagiert anders, der Abbau der Substanz verzögert sich. Der Pharmakologe Gerd Gläske von der Universität Bremen hat in einer Studie herausgefunden, dass rund 240.000 Demente in Deutschland Psychopharmaka bekommen. Schon seit Jahren warnt er vor einer unreflektierten Behandlung von Demenzpatienten mit Neuroleptika. Das sind Arzneimittel, die typischerweise bei Psychosen und Schizophrenien eingesetzt werden. Und in dem Umfang, in dem sie bei Demenzpatienten eingesetzt werden, sicherlich ausschließlich und vor allem zur Ruhigstellung. Und das ist ein Problem, weil eben Neuroleptika, und das ist seit langer Zeit bekannt, seit dem Jahre 2002, bei Demenzpatienten zu einer Übersterblichkeit führen. Das heißt, Demenzpatienten sterben eher, wenn sie solche Mittel bekommen, als Patienten, die keine Demenz haben. Und die Übersterblichkeit ist mit 1,6 bis 1,7-fach hoch. Das heißt, wir haben eine Situation, wo solche Psychopharmaka den Menschen, den Demenzpatienten, eher schaden. Und das ist eigentlich etwas Perverses in der Medizin, dass man weiß, man gibt etwas, obwohl man wissen müsste, es schadet den Menschen. Und insofern ist es für mich jedenfalls Gewalt gegen ältere Menschen, die dort mit solchen Neuroleptika ausgeübt werden. Eva Ohlert ist examinierte Altenpflegerin. Auch sie hält die medikamentöse Ruhigstellung von Dementen für ein zentrales Problem. Es ist so, dass man das mittlerweile schon gar nicht mehr wahrnimmt. Das ist irgendwie so eine Abgestumpftheit vom Personal, von den Ärzten, von der Gesellschaft. Wir alle sehen es doch. Jeder kennt das, wenn er sagt, aha, ich gehe in ein Heim, da sehe ich die Leute, wie sie nur mit den Köpfen da zur Seite hängen. Das sieht doch jeder. Das sehen die Angehörigen, das sehen die Besucher, das sieht das Personal, das sehen die Ärzte. Jeder weiß es, das ist ein unausgesprochenes Geheimnis, dass diese Nebenwirkungen den Leuten so schaden, dass sie nicht mehr richtig essen können, dass sie sturzgefährdet sind, dass sie Verstopfungen haben, dass sie Herzrasen haben, dass sie Angstzustände kriegen. Diese Nebenwirkungen sind unglaublich. Nur, es könnte auch von anderen Sachen her rühren. Es überprüft niemand. Aber genau das wäre notwendig. Walter Mette zieht die Konsequenz aus seinen Recherchen. Als Betreuer seiner Frau verlangt er, dass Risperidon sofort abgesetzt wird. Der Neurologe wirkt alarmiert. Er verspricht, sich zu kümmern. Walter Mette ist sich sicher, dass sein Verbot ernst genommen wird. Wenige Tage später stürzt seine Frau schwer. Es ist das siebte Mal, seit sie im Heim ist. Inge Mette bricht sich den Oberschenkel. Sie wird in die Klinik in Lüneburg eingewiesen. Wie vorgeschrieben, hat das Heim im Notfallblatt alle Medikamente notiert, die Inge Mette während des Klinikaufenthaltes bekommen soll. Habe ich erfragt im Krankenhaus, einen Tag bevor sie entlassen wurde, weil sie da wie eine Mumie halbtot im Bett lag. Da habe ich den Arzt gefragt, was meine Frau für Medikamente bekommen hat. Und dann sagt er, ja, das, was uns das Heim mitgeteilt hat. Und außerdem von uns noch ein Beruhigungsmittel und ein Schmerzmittel. Und dann habe ich den Arzt gefragt, war da auch Risperidon dabei? Und dann sagt er, ja, Risperidon stand auch auf dem Blatt, sodass sie von uns auch dieses Risperidon bekommen hat. Nach dem Klinikaufenthalt bekommt Inge Mette im Heim, ohne Wissen ihres Mannes, wieder Risperidon. Diesmal offiziell nur bei Bedarf. Die Begründung, man müsse das verabreichen, was sie in der Klinik bekam. Das Heim und der dort tätige Neurologe behaupten jetzt, Walter Mette sei von Anfang an detailliert über die Medikation informiert gewesen. Wie können Sie so etwas behaupten? Es ist weder mit dem einen Arzt noch mit dem anderen Arzt mit mir über eine Medikation in keiner Weise gesprochen worden. Ich bin davon ausgegangen, dass, solange sich keiner mit mir in Verbindung setzt, meine Frau dieses Medikament oder die Medikamente bekommt, wie sie vom Entlassungsschreiben der Psychiatrischen Klinik in Lüneburg vorgegeben waren. Der Konflikt wegen der Medikation hielt an. Inge Mette war nur noch lethargisch. Sie konnte keinen Schritt mehr laufen. Risperidon bekam sie immer noch. Walter Mette platzte der Kragen. Er erstattet Strafanzeige wegen Körperverletzung. Fakt ist, die Gabe von Neuroleptika muss vom Betreuer genehmigt werden, anderenfalls handelt es sich um Körperverletzung. Das betrifft die Pflegenden, die täglich ein nicht genehmigtes Medikament verabreichen, vor allem aber den verschreibenden Arzt. Wir kritisieren das seit langem, dass erst nach wie vor solche Mittel verorten, solche Neuroleptika auch in großem Umfang verorten. Wir haben vor allen Dingen gesehen, dass sozusagen mit den Pflegestufen der Anteil von Neuroleptika-Verordnungen anwächst. Das heißt, in der Pflegestufe 3 bekommen über 50 Prozent der Demenzpatienten solche Neuroleptika. Nun kann mir niemand erzählen, dass jemand in der Pflegestufe 3 noch zustimmen kann zu einer solchen Therapie. Und ich glaube auch nicht, dass immer die Angehörigen vorher informiert werden darüber, dass solche Neuroleptika über längere Zeit gegeben werden. Das heißt, es ist eine Therapie, die oftmals ohne Zustimmung entweder der Patientinnen und Patienten selber oder auch ohne Zustimmung der Betreuer stattfindet. Nun kann ein Arzt immer deutlich machen, dass es eine Indikation gegeben hat, dass es eine Gefährdungssituation gegeben hat, dass es eine Aggressivität gegeben hat, deretwegen solche Arzneimittel verortet worden sind. Aber wenn man die Indikationen genau liest und wenn man genau anschaut, wie auch die Warnungen der europäischen Arzneimittelbehörde, der amerikanischen Arzneimittelbehörde ja selbst der Hersteller gewesen sind, die rote Handbriefe verschicken mussten, dann müsste ein Arzt genau dieses Problem kennen und auch dieses Schadenspotenzial dieser Arzneimittel kennen. 2004, der rote Handbrief, eine Warnung des Herstellers vor falscher Anwendung des Präparates. Dann, im Juli 2011, warnt die Aufsichtsbehörde. Aber die Realität im Heim ist oft eine andere. Es wird aus gegebenem Anlass verabreicht. Der alte Mensch ist unruhig, der alte Mensch hat Angstzustände. Wenn Sie jetzt Arzt sind, ich sage Ihnen, der alte Mensch hat die ganze Nacht geschrien vor lauter Angst oder Unruhe, er läuft in ein anderes Zimmer, belästigt andere Mitbewohner. Natürlich sieht doch jeder ein, dass man da irgendwas tun muss, oder? Wie oft guckt sich denn so ein Heimarzt die Patienten überhaupt an? Üblich ist eine Visite einmal die Woche. Bei Bedarf wird er auch gerufen. Nur, es heißt nicht, dass er auch in jedes Zimmer geht. Manchmal langs auch war was Besonderes. Aha, wo soll ich unterschreiben? Die Rezepte werden immer ausgestellt oder wird das auch mal verweigert? Ich habe bis heute noch keine Verweigerung erlebt, wenn die Begründung gut war. In die Gerontopsychiatrie in Gütersloh werden Patienten eingeliefert, die sich in einer akuten Krisensituation befinden. Auch hier bekommen manche kurzfristig Neuroleptika, doch dann sucht man andere Wege. Wichtig ist für das Team aus Ärzten und speziell ausgebildeten Pflegekräften herauszubekommen, warum ein Patient Angst hat, warum er unter Umständen aggressiv wird. Das wirksamste therapeutische Mittel ist Zuwendung. Und ein Verhalten, das den dementen alten Menschen ernst nimmt und ihn nicht dauernd wegen seiner Defizite tadelt. Therapeutisch sinnvoll ist auch die Zuwendung beim Spiel. Esja Sakali, eine examinierte Altenpflegerin, nimmt die beiden Patientinnen so, wie sie sind. Vergesslich. Ich habe auch den falschen Würfel genommen, Frau Juncker. Sie haben mir gar nicht aufgepasst. Das kann man wenn du... Ich bin ja grün. Ohne Humor und Empathie geht es nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Sie sind ja... Rot, ne? Rot sind Sie, Frau Juncker. Sie sind... Nebenbei stellt Esja Sakali Fragen nach der Biografie. So kann sie spielerisch herausfinden, was die Patienten belastet, wo Probleme bestehen. Sie haben keine Enkelkinder, oder? Nein, ich habe auch keine Verwandte. Die sind alle gestorben. Oder sind inzwischen gestorben und haben sich nicht gemeldet. Das weiß man nicht. Das geht ja nicht immer alles so gerade ab, ne? Für das Pflegepersonal grenzt es oft an Detektivarbeit. Herauszufinden, was ein dementer Mensch braucht. Was ihm helfen, was ihn beruhigen könnte. Und wie man ihm seine Ängste nehmen kann. Wir haben eine Patientin, die halt öfter schon bei uns gewesen ist. Ich sage immer, das ist eine glückliche, demente Patientin. Sie war früher in einer Kneipe tätig, hat selber eine Kneipe gehabt, hat immer viel Kontakt mit anderen Menschen gehabt. Und das merkt man halt auch im Umgang. Sie war immer oder ist immer ganz liebevoll zu anderen Mitpatienten, findet auch ganz schnell Anschluss. Und sie hatte immer das Dilemma, dass sie sich irgendwann immer einfach ausgezogen hat. Sie hat sich dann nackt ausgezogen und war nicht mehr bereit, sich wieder anzuziehen. Und da haben wir wirklich lange überlegt, woran liegt das? Dann haben wir ihr versucht, Beschäftigung zu geben, was zum Teil geholfen hat. Aber letztendlich sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass sie einfach ihr Nachthemd anziehen möchte und ins Bett gehen möchte. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Und dann hat das irgendwann aufgehört mit dem Ausziehen. Demente mit störendem Verhalten oder allzu viel Bewegungsdrang dagegen ruhig zu stellen, ist einfach und spart Personal. Der Chefarzt der Gerontopsychiatrie kritisiert das seit langem. Dieses störende, für uns vielleicht störende Verhalten, dann mit Psychopharmaka zu behandeln, ist eine Möglichkeit. Eine Dauermedikation macht zunächst erstmal überhaupt keinen Sinn, sondern wir müssen schon immer wieder prüfen, kann man die Medikation reduzieren oder wieder absetzen und die Indikation auch klarstellen. Und was ich in meinem Alltag, in meiner Praxis immer wieder erlebe, ist, dass eine Erwartung an das Medikament gestellt wird, die überhaupt nicht erfüllbar ist. Wenn jemand immer Hallo ruft, dann gibt es kein Psychopharmaka, das gegen Hallo rufen hilft. Es gibt Psychopharmaka, die sedieren, dann ruft die Person irgendwann nicht mehr Hallo, aber dann hat sie überhaupt keine anderen Aktivitäten mehr. Dann ist tatsächlich das Risiko für körperliche Erkrankungen deutlich höher, für Stürze, wenn sie noch mobil ist, die Person und so weiter. Als sie nach dem Tod ihrer Mutter las, wie eindringlich das Bundesinstitut für Arzneimittel vor der Gabe von Neuroleptiker warnt, traute die Münchner Rechtsanwältin Dagmar Schön ihren Augen nicht. Vor allem bei Schlaganfalldemenz sei das Neuroleptikum Risperidon gefährlich, steht im Schreiben der Aufsichtsbehörde vom Juli 2011. Anfang 2012 hatte Dagmar Schöns 87-jährige Mutter nach einem Schlaganfall einen Demenzschub. In einem Münchner Heim verschrieb der dort tätige Psychiater trotz der Warnung Risperidon. Dagmar Schön wurde nicht informiert, obwohl sie über eine Vorsorgevollmacht für ihre Mutter verfügte. Sie war natürlich desorientiert, ist ja klar, und sie hatte eben durch den Schlaganfall einen Demenzschub. Und ist halt nachts aufgestanden, war mit einer Dame im Zimmer, die nicht dement war, hat die nachts aufgeweckt, hat in deren Sachen rumgemacht, was halt demente Leute so machen. Schon nach zwei Wochen Aufenthalt im Heim wollte man ihre Mutter auf eine geschlossene Station einweisen. Dagmar Schön zögerte. Trotzdem schrieb der im Heim tätige Psychiater, ohne ihr Wissen, ein Attest für das Betreuungsgericht. Die Begründung, Elfriede Schön habe versucht, die Kanarienvögel mit der Schere zu töten. Die betreuende Tochter, hieß es, sei mit der Unterbringung einverstanden. Das aber war nicht der Fall. Die Mutter blieb erst einmal auf der Normalstation, doch dann verschrieb ihr der Neurologe Risperidon. Es wurde also nicht mit mir abgesprochen, obwohl ich ja Betreuerin meiner Mutter war. Ich habe, wenn ich nicht hin bin, habe ich jeden Tag angerufen, habe gefragt, hat sie doch geschlafen. Und da sagte mir dann eben die eine Person, als ich dann gesagt habe, nee, ich will sie nicht in die Geschlossene tun, und ein paar Tage später sagte mir eine Person, nee, sie hat nicht durchgeschlafen, aber der Herr *** hat die Medikation ihrer Mutter geändert. Dann sage ich, aha, wie, was, und wer ist überhaupt Herr ***? Ja, das ist der Psychiater. Ja, also man hat offenbar hier einen Hauspsychiater, der nicht im Haus wohnt, aber mit dem man sehr kooperiert, und der hat ohne mich zu konsultieren dann ein Milligramm Risperidon verschrieben. Also so spart man halt Personalkosten, indem man die Leute chemisch fixiert mit Neuroleptika. Ich halte es für ein Verbrechen. Es ist genug, heißt das neue Buch von Klaus Fussek und Gottlob Schober. Beide befassen sich seit vielen Jahren mit Missständen in Pflegeheimen. Im Sommer 2013 wurde das Thesenpapier in München vorgestellt. Im Publikum waren viele Beschäftigte der Pflegebranche, aber auch einige Heimbetreiber. Und das ist das, was uns alle fassungslos stimmt, weil ich kann immer nur behaupten, und das ist immer wiederholen, wenn wir sprechen über die Situation in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, und man muss ja auch nicht in Psychiatrien sagen, das sind ja Einrichtungen, die nicht irgendwo in Guantanamo sind oder in Eritrea, sondern das sind Häuser, in denen unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Angehörigen liegen. Also wenn ich behindert wäre, und ich habe noch eine ganze Menge Haare, und da steht dann drin, in zwei Minuten muss jemand gekämmt werden, und ich weiß, wie schwer das manchmal ist. Und dann hat er drei Minuten braucht er dafür, und vier Minuten muss er das Wasser lassen. Und wenn er aber nicht will und kann nicht, dann dauert es doch manchmal zehn Minuten. Und dann sehe ich, dann mit einer Minute muss er am Ort sein, wo er gefüttert wird. Und das muss alles, steht dahinter immer, zwei Euro 69, drei Euro 15, elf Euro 25, da fange ich an, mich zu schämen. Wie soll das alles gelingen? Wie soll das alles gut sein? Und wer verdient daran? Das möchte ich ganz gerne mal wissen. Und warum verdient er daran? Ich bin Landesgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, verantwortlich für 115 Altenpflegeeinrichtungen, etwa 6.000 Mitarbeiter. Und unser Motto heißt, aus Liebe zu Menschen, da tue ich mich schon schwer, in einem System 115 Altenheime zu betreiben, wo ich weiß, dass systembedingt eine menschenwürdige Pflege nicht mehr möglich ist. Sie können gleich anfangen. Sie und Ihresgleichen zwingen Ihre Heimleiter, dass Sie diesen legalisierten Betrug vom Pflegetüch mitmachen. Weisen Sie die Heimleiter einfach darauf an, Sie sollen nicht mehr mitmachen. Weisen Sie Ihre Pfleger und Pflegerinnen an, nur noch das zu dokumentieren, was Sie tatsächlich in der Lage sind zu machen. Im August 2013 hat die Antikorruptionsorganisation Transparency International in dieser Schwachstellenstudie Missstände und strukturelle Fehlentwicklungen im Pflegesystem untersucht. Mit Autorin ist die ehemalige, langjährige Bundestagsabgeordnete Anke Martini. Sie war verbraucherpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Solange man eben Strukturen hat, wo nach der Devise eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, eine Kontrolle nicht gegeben ist, solange ist ein System äußerst anfällig für Korruption. Und das Pflegesystem, da spielen ja noch mehr Mitspieler mit als im Gesundheitssystem, nämlich ganz stark die Sozialhilfe und die Pflegeversicherung. Und unsere Erfahrung mit dem Gesundheitssystem ist auch, dass eben eine kriminelle Energie, die es natürlich im Gesundheitsbereich genauso gibt wie in anderen Wirtschaftsbereichen, sich sehr stark darauf richtet, die Systeme auszuplündern. Und es gibt eben Anstrengungen, das Pflegesystem, die Pflegeversicherung, die Sozialhilfe durch kriminelle Machenschaften auszuplündern. Robert Gruber betreibt in München einen kleinen privaten Pflegedienst. Wie viele seiner gut ausgebildeten Kollegen hat er die Arbeit im Minutentakt in den Pflegeheimen nicht mehr ausgehalten. Bei dem Zeitdruck, sagt er, sei es fast nicht möglich, auf die Bedürfnisse alter Menschen einzugehen. Es ist auch nicht gefragt, dass die wirklich in Menschenwürde bis zu ihrem letzten Tag leben dürfen. Das ist im Endeffekt eigentlich von denen, die es zu verantworten haben, gar nicht gewünscht. Weil dann würde man weniger dran verdienen. Ich verdiene an einem Pflegefall Pflegestufe 3 Patienten um einiges mehr, der im Bett liegt, sich nicht mehr rühren kann. Also wie bei einem Pflegestufe 1 Patienten, der von mir aus noch täglich seine Runden dreht im Stadtpark oder sonst wo. Pflegestufe 1 verdiene ich nichts. Und darum geht es. Es ist halt wirklich nur noch nackte Gewinnmaximierung auf Kosten der Menschen. Neuroleptiker verhindern zuverlässig, dass Demente stören und weglaufen. Das spart Personal. Zuwendung dagegen kostet Zeit. Und Zeit ist Geld. Und so bekommen viele Demente, weil es praktikabler ist, auch noch Magensonden und 24-Stunden-Windeln. In vielen, nicht in allen Heimen, ist das heute Realität. Ich denke mir, diese Einstellung kommt einfach daher, weil der alte Mensch hier einfach nichts mehr wert ist. Ich rede jetzt von der Menschenwürde. Interessiert keinen mehr wirklich. Gut ab und zu werden Skandale aufgedeckt in Pflegeheimen, sind dann für einen Tag in der Presse und dann interessiert es wieder keinen. Oder nachhaltig interessiert es keinen, wie eigentlich mit unseren Eltern, Großeltern umgegangen wird. Ich sage mal, wir gehen mit einer Generation um, die dieses Land aufgebaut hat. Da zieht es einem wirklich die Schuhe aus. So nach dem Motto, die können nichts mehr arbeiten, sie bringen der Volkswirtschaft so gesehen produktiv nichts mehr. Also ist es wurscht, wie man mit denen umgeht. Ist die Würde des Menschen antastbar? Im Jahr 2012 hat der Deutsche Ethikrat ein Grundsatzpapier zur Demenz herausgegeben. 2013 ging es um Forschung an Menschen, an denen, die nicht mehr selbst entscheiden können. Noch wehren sich viele Mitglieder des Ethikrates gegen Bestrebungen der Europäischen Union, die ethischen Standards für Versuche am Menschen zu lockern. Doch vor den Missständen im deutschen Pflegesystem hat man offenbar kapituliert. Ich komme sehr oft in die Heime und dann sehe ich an Tischen Menschen sitzen und für mich ist das immer so eine Art Sit-by-Modus. Ruhig gestellt, bei Bedarf wird man aufgeweckt, es gibt was zu trinken, es gibt was zu essen und dann sitzt man wieder da. Leider ist es so. Man muss aber dazu auch sagen, es gibt keine kostenstelle menschliche Zuwendung. Es gibt nicht eine bezahlte Sekunde, dass eine Pflegekraft die Zeit hätte, sich einem Pflegebedürftigen zuzuwenden. Denn es werden nur technische Leistungen bezahlt, aber keine Gesprächszeiten. Und von daher gesehen, wo soll die Zuwendung herkommen, wenn dafür gar keine Zeit vorgesehen ist? Also bei meiner Tante ging es ums Essen. Die hat in den letzten Tagen ihres Lebens das Essen verweigert. Und dann kam sofort eben vom Altenpflegeheim die Frage, Magensonde legen, sie künstlich ernähren. Ich habe mich dagegen entschieden, was nicht unbedingt da in dem Moment so ganz gerne gesehen wurde. Aber ich denke, es war richtig, weil meine Tante hat ganz klar nicht mehr essen wollen. Und ich bin ein paar Tage später hingefahren und war da und da hat sie wieder gegessen. Also für mich war das so ein klares Zeichen nochmal zu erleben. Auch ein Mensch mit Demenz hat ganz klare Selbstbestimmungsrechte. Und ohne menschliche Zuwendung werden wir bei dieser ganzen Problematik nicht weiterkommen. Bis vor wenigen Jahren war Helga Rohrer eine gefragte Simultandolmetscherin. Dann merkte sie plötzlich, dass ihr Worte entglitten, Zusammenhänge fehlten. Sie beschloss sich, einem Demenztest zu unterziehen. Das Ergebnis war deprimierend. Sie hat die sogenannte Levi-Körperchen-Demenz. Als sie Halluzinationen und Schlafprobleme bekam, verschrieb der Arzt ihr das Neuroleptikum Haloperidol. Das Medikament hat mich sehr, sehr schwach gemacht. Also ich war auch tagsüber ein Mensch ohne Interesse, ein Mensch, der da sitzt und wartet, dass die Zeit vergeht. Und ich konnte dadurch auch schlafen. Aber das ist nicht mein Leben. Und ich bin dann gegangen in die Praxis und habe gesagt, ich kann das nicht mehr nehmen. Ja, dann müssen Sie damit leben. Sag ich, ja. Dann lebe ich mit den Halluzinationen und ich lege mir eine neue Strategie zurecht. Es ist mein Weg. Jetzt kämpft Helga Rohrer engagiert dafür, dass Demenzkranke nicht von vornherein abgeschrieben werden, wenn die Diagnose vorliegt. Das hat sie erlebt, als sie beim Arbeitsamt darum bat, ihr einen einfachen Job zu vermitteln. Auch wegen ihres Sohnes wollte sie nicht von der Sozialhilfe abhängig sein. Doch mit dem Wunsch zu arbeiten, stieß sie auf Unverständnis. Der Stempel, dement, machte sie zur Unperson. Helga Rohrer ließ sich nicht entmutigen. Seit zwei Jahren engagiert sie sich in der Alzheimer-Gesellschaft, hält Vorträge und hat ein Buch geschrieben. Dieses Gesicht der Demenz, wo ein Mensch sich hinstellt und sagt, ja, ich habe eine Diagnose, aber ich bin am Anfang einer Demenz. Ich will nicht mit den Medikamenten und mit allem, was ich kriege, gleich ins Ende rutschen. Ich will noch etwas tun. Geben Sie mir eine Chance. Die Ämter kennen nicht die Anfangsstadien. Sie kennen nur die sehr alten Patienten, wo viele in den Heimen sind, die viele Medikamente nehmen. Die müssen nicht mehr gefördert werden. Was denn? Und wir wollen dazugehören, weil ich sage, ich bin jetzt 60 geworden. Ich möchte noch leben und ich kann leben und ich verlasse mich nicht auf die Medikamente. Es ist mein Weg und ich habe auch einen Anspruch, dass ich integriert werde. Aber die Ämter kennen das nicht, dass wir das wollen und dass wir Ressourcen haben. Wir sehen nur das Ende. Dabei kann auch ein Leben mit Demenz durchaus lebenswert sein. Die Hausgemeinschaft Stüterkamp in Gütersloh. Eine der Hausgemeinschaften des Vereins Daheim, in denen pflegebedürftige alte Menschen wohnen. Die meisten sind dement. Leben im vertrauten Viertel. Ein strukturierter Tagesablauf, Geborgenheit und viele Aktivitäten gehören zur Philosophie des Vereins. Hier wird niemand ohne Not mit Tabletten ruhig gestellt. Die Bewohner dürfen hier auch einmal ein Bier trinken oder eine Zigarette rauchen. Sie sollen sich wie zu Hause fühlen. Wenn es bei einem Bewohner kriselt, informiert die Teamleitung Bernd Meissnest, den Chefarzt der Gerontopsychiatrie. Der Bewohner kommt kurzfristig zu ihm auf die Station. Danach geht er wieder zurück in die vertraute Atmosphäre der Wohngemeinschaft. Hier wird nichts übernommen an Pflege. Also das, was die Bewohner noch selber können, sollen sie auch selber machen. Das schaffen wir gut. Dürfen die auch kochen? Natürlich, selbstverständlich. Also morgens ist unsere Hauswirtschaftskraft hier. Also die dürfen mithelfen, das Buffet vorzubereiten zum Frühstück, Kartoffeln schälen zum Mittagessen, Kuchen backen. Wir backen täglich Kuchen für das Kaffee, Wäsche waschen. Sie können sich überall daran beteiligen, wo sie möchten. Also hier, ich kann es für den Kreis Gütersloh, ist es nicht mehr wegzudenken. Also auf allen Ebenen. Die Bürger entscheiden sich dafür, die Angehörigen entscheiden sich dafür und es bünt absolut. Und es gibt in ganz Deutschland Nachahmer auch. Aber es ist vor allem auch eine politische Entscheidung. Wenn wir hier nicht die massive Unterstützung durch den Kreis, durch den Kreisdirektor gehabt hätten, wäre das nie so gekommen. Weil natürlich das immer als Alternative zu einer klassischen Altenheimstruktur gesehen wird. Und da reden wir auch über Konkurrenz. Und wie mein Daumen kann man sagen, ist Pflegestufe 2 und 3 günstiger im Vergleich zur stationären Altenhilfe. Also es gibt auch einen finanziellen Anreiz, in so eine Hausgemeinschaft einzuziehen. Wie viel laufen Sie denn am Tag? Das geht Sie in Deutschland an. Null Kommung. Weil zu viel rauchen ist ja nicht gesund, ne? Eben. Ich bin aber noch gesund. Ja. Seit deinem Wohnen ist ja hier. Hier? Hm. Noch nicht lange. Ja, wie sind Sie denn jetzt? 50. 50? Ja, ne, ne. Mit Überstunden aber noch ein paar. Genau, da kommt noch ein bisschen oben was drauf. Ja. Kommt ein bisschen Überstunden drauf. Schlagfertigkeit statt Lethargie. Bernd Meissnest kennt jeden Bewohner und kümmert sich. In den kleinen Hausgemeinschaften ist das Leben für Pflegebedürftige billiger als in großen stationären Einrichtungen. Je nach Pflegestufe um 500 bis 800 Euro pro Monat. Ein Modell für die Zukunft? Den Vorläufer für die Wohngemeinschaften entwickelte der Sozialpsychiater Klaus Dörner. Bis Mitte der 90er Jahre war er Chefarzt der Psychiatrie in Gütersloh. Im Rahmen der Psychiatriereform fing Klaus Dörner an, Langzeitpatienten in kleinen, behüteten Wohngemeinschaften unterzubringen. Sein Schüler Bernd Meissnest leitet jetzt den Verein daheim. Ein Gegenmodell zu den klassischen Pflegeheimen. Das ist nun, glaube ich, allgemein bekannt, dass ein Heim eine zumindest tendenziell totale Institution ist. Das heißt, sie ist total in dem Sinne, dass einmal alle Bedürfnisse unter einem Dach befriedigt werden. Und natürlich auch auf der anderen Seite unkontrollierbar, weil es hermetisch abgeschlossen ist von der Außenwelt. Und im Prinzip auch immer Wege findet, wie es auch vorhandenen kontrollierenden Gesetzen ein Schnippchen schlagen kann. Für mein Gefühl ist der einzige Weg, diese Gefährdungen, gehäuften Gefährdungen abzuschaffen, indem man sich dafür einsetzt, Heime überhaupt überflüssig zu machen. Das weiß man eigentlich auf der ganzen Welt, dass das so ist. Es gibt ja genug Untersuchungen darüber, über die Unregierbarkeit von Heimen oder die Unkontrollierbarkeit des Heimlebens, der Heimwelt kann man eigentlich nur sagen. Und es gibt nur ein Land in Europa, was dem auch einigermaßen konsequent begegnet ist, Dänemark. Und zwar haben die Dänen den Trick gemacht, sie haben einmal im Parlament durchgesetzt, einen vorsichtshalber nur befristeten Heimbaustopp. Und das bei steigender Nachfrage waren die Dänen gezwungen, jetzt auch Alternativen zum Heim sich auszudenken. Und deswegen gibt es in Dänemark die beste Kultur der ambulanten Alternativen zum Heim. In Deutschland sind Initiativen wie in Gütersloh noch die Ausnahme. Die Politik setzt nach wie vor auf die großen Heimketten. Einige sind europaweit tätig und börsennotiert. Eine mächtige Lobby mit großem Einfluss auf die Parlamentarier. Anfang 2013 wurde im Bundestag wieder eine Pflegereform verabschiedet. Demente sollen jetzt mehr Leistungen bekommen. Doch geändert hat sich bisher wenig. Nach wie vor bekommen Patienten zu viele Psychopharmaka. Selbst wenn etwas ausdrücklich gesetzlich verboten ist, wird es weiterhin praktiziert. Das betrifft auch andere Schwachstellen des Systems. Bisher sind Staatsanwaltschaften und Gerichte zurückhaltend, den rechtlichen Rahmen auszuschöpfen. Verstöße werden so gut wie nie geahndet. Da ist unsere Erfahrung jetzt als Transparency, dass was das Sozialrecht angeht, die deutschen Gerichte nach wie vor nicht auf der Höhe der Zeit sind. Es gibt ganz wenig Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die sich also mit Wirtschaftsrecht und mit Sozialrecht richtig gut auskennen. Und da ist ja, wenn man das System ausnutzen will, darum geht, dass man die Schwachstellen findet, müssen auch die Gerichte diese Schwachstellen kennen. Und beim Zusammenspiel eben von Krankenkasse, Pflegekasse, Sozialhilfe und Eigenbeiträgen der Versicherten oder Patienten oder Heimbewohnerinnen und Bewohner, ist es ganz schwer, diese Schwachstellen zu finden. Das geht eben nur, wenn es wirklich Musterklagen sozusagen gäbe. Und wenn es gelänge, diejenigen, die sich da nicht sauber verhalten, sozusagen mit Strafe zu bedrohen. Dagmar Schön weiß, wie wichtig es ist, dass Menschen, die nicht mehr selbst für sich sorgen können, jemanden haben, der sich für ihre Rechte einsetzt. Ihre Mutter ist vor einem Jahr gestorben. Das Heim macht sie dafür natürlich nicht verantwortlich. Trotzdem will sie klären, warum man ihre Mutter ohne Genehmigung chemisch fixierte. Deshalb verlangte sie Akteneinsicht. Außerdem beschwerte sie sich beim Heimträger. Man hat da tatsächlich die Hutzpäge gehabt, dass man das Faktum der Neuroleptikergabe, das ich ja dokumentiert hatte, wovon ich die Kopie hatte und was die auch wussten, dass man das einfach abgeleugnet hat. Und darum denke ich, die fühlen sich so sicher, dass nie jemand was macht, weil nämlich die Angehörigen mit der ganzen Situation überfordert sind und dann nicht extra zum Anwalt laufen und dann eine Anzeige machen. Und darum fühlen die sich so sicher und darum habe ich auch die Anzeige gemacht. Weil man wirklich in der Situation, denke ich, nur noch mit dem Schwert des Strafrechts da eine Veränderung einleiten kann. In der Strafanzeige hat sie angeregt, auch bei anderen dementen Bewohnern zu überprüfen, ob sie ruhig gestellt wurden. Die Rechtslage ist klar. Ohne Genehmigung des Betreuers handelt es sich um Körperverletzung. Das Heim will sich wegen des laufenden Verfahrens nicht äußern. Die Verantwortung liege allein beim Arzt, heißt es. Und der sagt gar nichts. Immerhin will das Heim die Gabe von Neuroleptika in Zukunft besser abstimmen. Allein das wäre ein Erfolg für das Anliegen der Rechtsanwältin. Jetzt wartet sie auf Nachricht von der Staatsanwaltschaft. Auch Walter Mette hat gegen das Heim und die behandelnden Ärzte Strafanzeige gestellt. Der Fall seiner Frau füllt bereits mehrere Aktenordner. Im Laufe der Jahre hat er Dutzende von Briefen an die zuständigen Institutionen geschrieben. Bisher vergeblich. Das Fazit, der medizinische Dienst, der die Heime überprüft, ist nicht befugt, die vom Arzt verschriebenen Medikamente zu kritisieren. Er überprüft lediglich, ob die Arzneimittel gemäß der ärztlichen Anweisung verabreicht wurden. Und auch die Heimaufsicht, die eigentlich die Heime kontrollieren soll, hält sich wie die Kassenärztliche Vereinigung heraus. Die Krankenkasse sagt, solange das Strafverfahren nicht abgeschlossen ist, können wir uns da nicht einschalten. Der medizinische Dienst meldet sich nicht. Die Heimaufsicht sagt, wir beobachten den Fall mit Interesse. Aber weiter sagen sie mir nichts. Was soll ich machen als Laie? Der Hausarzt sagt, ja, Herr Mette, das waren wohl ein bisschen viel Medikamente. Aber der sagt natürlich auch nichts gegen seine Kollegen. Wir haben für diesen Film alle zuständigen Stellen um Stellungnahme gebeten. Zu einem Interview ist niemand bereit. Auch auf unsere schriftliche Anfrage reagiert die Heimaufsicht Lüneburg nicht. Der MDK teilt immerhin schriftlich mit, die Medikation läge allein in der Verantwortung des Arztes. Und auch die Staatsanwaltschaft äußert sich mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht. Der Fall ist dort nun seit zwei Jahren anhängig. Walter Mette weiß, dass das Heim und die Ärzte ihn als Querulanten bezeichnen und ihm falsche Anschuldigungen unterstellen. Deshalb schreibt er für alle strittigen Punkte eidesstattliche Versicherungen. Aufgeben will er nicht. Und ich habe gesagt, ich fechte den Fall durch bis zur letzten Pille. Da hilfe ich meiner Frau zwar nicht mehr mit, aber vielleicht tausenden anderen, die vielleicht auch noch in diese Situation kommen, wo sie auch mit Neurolaptika kaputt gemacht werden. Untertitelung im Auftrag des ZDF,